Die Firma Schachermeyer verkauft Produkte für Betriebe, die mit Glasholz und Metall handeln. Wir handeln mit Werkzeuge, Befestigungstechnik, mit Beschläge, Logertechnik, quasi alles was braucht für den Hausbau. Wir versorgen faktisch verschiedenste Betriebe mit verschiedensten bautechnischen Produkten. Das Sortiment ist über 150.000 Produkte groß. Das Unternehmen Schachermeyer stellt für Familienunternehmen. Es versteht sich ja jeder mit jedem da drinnen voll gut. Man ist glücklich, wenn man hier arbeiten darf. Ich glaube ein ganz guter Satz, den ich auch von Verarbeitern gehört habe, ist, wenn es kein anderer hat, dann hat es der Schachermeyer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.